Hallo und willkommen zurück. Wir haben jetzt Roda besiegt. Schön vom Himmel geholt. Gibt es hier noch irgendetwas? Nö, sieht nicht so aus. Wir sind jetzt eigentlich die Hauptinsel. Nur den. Einer ist ans Potschiff. Okay. Headshot. Die stecken aber gut ein, ne? Okay. Okay. Nein, nicht. Gut, gut. So. Bis zum Glück habe ich die Insel schon befreit. Der ist hin. Na komm. Na, schaffst du es mich abzuholen? Endlich Sonnenlicht. Okay. Okay. Ist es geschafft, ohne zu sterben? Oder wache ich jetzt wieder sonst wo auf? Okay. Nachrichten, Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Die Balen. Ach du Heiland. Okay. Okay. Wer haben wir hier noch auf dem Schiff? Niemand. Niemand haben wir hier noch auf diesem Schiff. Geh dich zum Motten-Dorf. Okay. Andert nochmal. Ah. Ja. Wann wir sagen, wir fahren da hin. Laden nochmal auf. Kann man ganz einfach machen. Das will ich haben. Eine grüne Mod-Kiste. Jägerschaft für die Schwuppbinde. Ändern. Nee. Auswahl. Die Geschwindigkeit nach. 60 ist jetzt auch nicht die Welt. Ey. Ich bleib da weiter. Auswählen. Zurück. Das ist eine. Keine gefunden. Wahrscheinlich ist noch keine zweite drin. Gut. Auf geht's. Schön zum Motten. So. Ja. Mal gucken, was da erwartet. Ah. So. Oh. Oh. Drei flücken mal neben. Ruhig gewohnen hier, wa? Da kommt man wieder her. Oh. 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 anlegen hier brennt alles gott was denn hier passiert das schirer wahnsinn so aussuchen die zeit dringend jetzt ist die alte dame vollend senil was sollen wir denn tun zu hause ja um gegen kane zu kämpfen uh-huh wenn wir mal jäger so wo sollen die jäger sein süden dort ja mal gespannt was da kommt kann man rechnen sind nicht ganz wahr das ist vollkommen unverbot bei den drüber hätten wir da muss ich sein achte heiler Nein. Aus. Weiß nicht, ob ich Schaden kriege von den Wolken. Nicht Schaden. Ja. Ja, ich bin weg. Tschüss. Ach, du Eiland. Yo, yo. Ach, du Kacke. Jawohl. Ah. Ich glaube, ich muss den mitschleppen. Na, versteckt er sich mit deinen Kisten? Lucius, zehn Fahrt rumliegen zu einem Frachttrum. Okay. So ein Jäger. Sehr, komm. So jung, so hübsch. Mhm. Klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Monate dieses Jahr, äh, das schon her ist. Dass er diesen Clip geführt hat. Es war dunkel und wir konnten, naja, okay. Das Schade mit dem Schiff. Dass wir die Bestie in eine Falle locken konnten. Die läuft so bald nicht mehr weg. Wo hat sie den Herden des Schwarms verschlungen? Wir werden sie bezahlen. Okay. Schisskanonen aus den Teilen des Schwarms. Okay. Nein. Keine Ziele. Ja, die Geschiffteile Level 3. Okay. Guck ich mich erstmal um. Mhm. Mhm. Wo muss ich hin? Hier. Okay. Okay. Brauche ich nicht zurückfahren. Wer hat die Geteile jetzt Stufe 3 an? Was hat man hier? Habe ich nicht. Kann ich hier bauen? Eine Bar. Platten für. Habe ich nicht. Handelsplatz. Kann ich hier im Labor machen? Kann man doch etwas wertvolles kaufen. Kann man da. Eine Ranch gezüchtet werden. Dann mal hier. Ah, Zeug. Und was draußen kaufen. Oh ja. Okay. Das Jute. Jetzt wieder raus hier. Ja, lange kommt wirklich. Wir leben hier in die Bude. Wir brauchen mehr Schiffzeug. Anbiet. Der Stufe 3. Fertig in der Schiffzeugzeug. Level 3. Eine Schwarmkanone. Also muss ich Granit suchen. Hier also brauche ich Granit. Wo finde ich Granit? Hier. Hier finde ich Arsch voll Granit. Na denn. Auf geht's. Die Jagd nach Granit. Ähm. Hallo. Hallo. Man weiß nie, wofür man das alles noch gebrochen kann. Na denn setzen wir mal Segel. Holen uns ein wenig Granit. Ja, dann fahren wir den Kram mal ab. Rein mal die Inselgruppe hier. Da ist noch Rotholz. Ab nach da. Weg. Schwarmkanone. Schwarmkanone. Und rum. Ich muss hier auch noch rum. Ah, ich kriege was nicht. Ich kriege was da rum. Ich kriege was da rum. Ich kriege was da rum. Das Schiff kochen wir auch noch. Aber erstmal. Warten. Was haben wir denn noch hier? Komm, 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 komm. Ich kriege was da rum. Ich kriege was da rum. Okay. Gut. Ein bisschen mehr Geld mitnehmen. Aber hier ist auch nicht viel. Die Überfahrt ein bisschen leichter. Weg. Das Ding ist schon mal weg. Da war das Rotbolz. Das ist schon mal schütteln. IMG an. Ah, das ist schon nicht so gefährlich. Geht doch. Brotholz. Hier ist mir keine Ohne drauf. Ich hole ihn auf jeden Fall noch. Gut, dann haben wir das schon mal so weit fertig. Auch noch Rotholz wollen wir uns aber erst mal Granit. Granit ist hier unten in der Ecke. Da müssen wir denn da rein. Hier oben rennen. Ah, den kommt. Hier ist mein Dicker drin. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Weg mir durch. Genau, Granit. Machen wir noch irgendwas hier Wichtiges. Nö. Zur anderen Seite. Granit pullen. Perfekt. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Na komm. Weg. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Das geht schon. Guck, da ist noch was. Was haben wir denn noch? Hier rein. Batterie irgendwie. Batterie irgendwas machen. Die bisschen Granit will noch nicht nach Hause, ich muss das Ding auf Level 3 bringen. Ja! Oh Gott! Ah das geht, wo ich gerade die? Weg! Gut! Dann muss ich von der anderen Seite die Batterie hier rüberkriegen. Okay. Kann ich auch nicht transportieren. Ah, da ist noch Granit. Noch 10. Wollen da noch Leute sein. Hier drin werden noch ein Arsch voll Leute sein. Na, komm her. Die nicht. Gut. 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 Aber ein Hängler. Komm. Nein. Aus. Geht viel besser. Geht viel schneller. Nee. Würdest du auch mein Schiff beschießen? Boah. Durchschlagskraft. Boah. Der Recoil ist so widerlich. Ja, ist in Ordnung. Ich hab's begriffen. Auch mehr Durchschlagskraft. Eindeutig. Ist in Ordnung. Kommt schon. Jetzt hat die Klappe. Hier. Das ist natürlich ein Drecksack. So. Aufladen. Alles klar. Granit. Bäh. Muss ich erstmal rein. Okay. Hühnchen. Wo können wir noch Granit abstauben? Oh, das ist Rotholz hier oben noch. Klein. Teile. Hier ist noch Granit. Aluminiumerz. Soll ich da sonst reinkommen? Da brauche ich auch mal ne Batterie für. Aber obenrum und rund noch das Rotholz. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis gleich. Bis bald. Bis bald. Bis bald.